Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Scam-News-Folge und diese News-Folge hat so dermaßen krass in sich leider noch keine Update-Folge. Wenn das Update dementsprechend kommt, bekommt ihr natürlich hier auch wieder eine Folge von mir mit den News, was alles neu ins Update reinkommt. Aber es ist eine ganze, ganze Menge, was neu ins Update reinkommt. 095 dann dementsprechend. Aber wir sehen jetzt das erste Mal und gleich mal das Highlight vorweg. Ich habe noch ganz viele Twitter-News. Es gibt noch das Development-Update 70 für euch. Aber es gibt erstmal die Twitter-News und zwar mega geil. Wir sehen das allererste Mal, die Horde. Und wir sehen das allererste Mal, Puppets durchs Fenster springen. Und wir werden wirklich so dermaßen schreien, glaube ich. Es sieht unglaublich krass aus und ich glaube, es spielt sich unglaublich krass. Ob ihr ja dann weiter auf unserem Hardcore-Sorfer spielen könnt, ist mal hingestellt. So, ich zeige euch jetzt mal das Video. Und ja, genießt es einfach. Genießt es. Also, wir hören einen Schuss und dann sehen wir die Puppets bereits reinfliegen, teilweise. Die sind jetzt so gespawned, dass teilweise tatsächlich welche reingeflogen sind. Das sieht man, wenn die so abgesetzt werden, kurz über den Boden und dann kurz auf den Boden fallen. Die sind unglaublich schnell. Das ist jetzt die Horde, die eben ausgelöst wurde durch diesen Schuss. Die können nach wie vor die Orientierung verlieren. Das haben wir ganz kurz vorhanden gesehen. Wir gehen gleich nochmal durch eins, glaube ich, durchs Video durch. Und jetzt kommt das Geilste. Bam! Sie rennen einfach durch die Fenster hinterher. Momentan ohne Animation. Es sieht eher so aus, wie wenn die da so ein bisschen durchklitschen. Aber wir gucken, das ist das Ganze zu machen. So, jetzt sieht man hier, beispielsweise sieht man meine Maus ja. Hier sieht man den Puppet jetzt gerade noch. Es ist leider sehr verschwommen. Das ist wieder mal Twitter, aber sorry dafür. Es ist sehr verschwommen, aber hier sehen wir dementsprechend den Puppet rein spawnen. Beziehungsweise er springt hier rein. Ne, es war nebendran. Der linke Puppet war es tatsächlich. Es war nicht der, es war der linke nebendran. Können wir das nochmal? Sehen wir gleich nochmal. Einer spawnt nämlich und der andere springt von der... Also wir... Hier ist einer. Der springt tatsächlich von oben rein. Aber hier wird gleich einer spawnen. Achtet mal auf diesen Punkt hier. So, da hat man ihn reintroppen sehen. Das ist also praktisch der Spawn der Horde. Meine Theorie zu dem Ganzen ist, im Moment, dass man eben, wie beispielsweise in den verlassenen Mungern, einen Noismeter hat. Das heißt, je lauter man in der Stadt ist, desto mehr man lootet und so weiter, desto schneller eine Horde ausgelöst werden. Der Trick an der Horde ist, wir spielen auf einem Hardcore-Server, dass man, wenn man in der Stadt schießt, durchaus mal 10 Zombies hat, die auf einen Zug rankommen. Ist ja was ganz Normales, zumindest bei einem Hardcore-Server, wo dementsprechend viele Puppets eingestellt sind. Aber hier ist natürlich die Besonderheit, die sind auf einen getriggert. Und vor allem, ich glaube, die Besonderheit liegt daran, dass die Puppets unglaublich schnell sind. Auch die dicken Puppets sind unglaublich schnell. So wie die dünnen. Und sie sind nicht langsam, wackeln nicht, sondern sie rennen tatsächlich auf einen zu. Und man versucht, beim Video darauf zu achten. Es ist wirklich krass. Und jetzt dann auch natürlich der Sprung durchs Fenster. Die sind extrem schnell und die kommen verdammt gut hinterher. Momentan fehlt noch die Animation, dass sie durchs Fenster hüpfen, so wie wir beispielsweise. Sondern ich hüpfe einfach drüber, ohne die Beine anzuziehen zum Beispiel. Das fehlt noch. Es ist für sie, wenn das Fenster einfach gar nicht da wäre. Sie springen so ein bisschen drüber, aber das sieht doch komisch aus. Da fehlt, glaube ich, noch die Animation. Aber hier sieht man es auch, wie schnell die halt auch unterwegs sind. Vor allem in hier sieht man auch die im entsprechenden Rennen. Sie springen auch von hier oben rein. Und es ist unglaublich, wie schnell die sind. Auf einem Hardcore-Server nach spätestens drei bis vier Schlägen bist du bei uns zumindest auf dem Server tot. Könnte sehr interessant werden, die Spielmechanik mit der Horde dann. Und vor allem, dass sie durchs Fenster kommen. Ich bin sehr gespannt. Es hieß nur in dem Post, man soll seinen Bogen bereithalten. Aber ganz ehrlich, wenn du die Horde ausgelöst hast, mit dem Bogen machst du da nicht mehr viel. Ohne eine vernünftige Waffe hast du da keine Chance mehr. Und ja, diejenigen, die gedacht haben, eine Horde muss aus hunderten Puppets bestehen, ist völlig unrealistisch für dieses Spiel. Definitiv. Aber ganz ehrlich, allein die Hälfte, was wir hier gesehen haben, an Puppets würde reichen, um Spieler tot zu knüppeln. Ohne Probleme. Aber ja, das war das Highlight. Es gibt nach wie vor übrigens leider kein Termin für die 095. Ich hoffe allerdings auf, wenn das Video rauskommt, nächste Woche. Denn es hieß damals vor zwei Wochen bereits. Allerspätestens in drei Wochen wurde zumindest mal bestätigt, dass es kommt. Mittlerweile haben sie aber diese Aussagen. Also mittlerweile fordert tatsächlich, oder jedem zweiten Post bei Twitter steht, wann kommt 095? Aber darauf wird nicht geantwortet. Deswegen, es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Die Inhalte sind auf jeden Fall noch nicht ganz fertig. Man hat es hier an der Horde gesehen. Die Horde sieht noch ein bisschen unsauber aus. Die Animationen fehlen beispielsweise noch für das Fensterhüpfen. Ich hoffe, da kommt zumindest noch was. Sonst wäre es echt schlecht, muss ich sagen. Und vielleicht noch ein bisschen Balancing natürlich auch. Im Moment finde ich es tatsächlich, wenn man sieht, es ist zu krass. Wir werden so dermaßen sterben. Normales Loot tatsächlich in Städten ist vorbei, wie wir es kennen. Das auf jeden Fall. So, kommen wir zu den weiteren News. So, hier sehen wir nur die Ska. Und zwar, das ist die Ska-L-Variante wohl. Also die Light-Variante wohl. Nur zumindest war es im Post. So, es sieht für mich eher tatsächlich aus wie die Ska-H-Variante vom Magazin her. Also die höhere Variante mit dem höheren Kaliber. Aber hier gibt es nun den Sound hauptsächlich von der Waffe. Scheint sich auf jeden Fall sehr gut zu schießen. Aber hier wurde über den Sound extrem gemeckert in dem Video. Und natürlich, selbstverständlich, unsere Lieblingswitter haben direkt nachgelegt. Hier das Neue. Und so hört sich das Ganze jetzt an. Man hört es nicht mal ganz leider. Der Sound kommt, glaube ich, nicht ganz so rüber jetzt auf dem Video vor allem. Aber es ist krass. Übrigens hier oben ein riesengroßer Kochtopf. Was auch immer sie damit vorhaben. Aber okay, ist auf jeden Fall eine Test-Area. Aber sie haben direkt nachgebessert. Es wurde sich über den Sound massiv bei Twitter beschwert. Und was kommt? Neuer Sound-File. Waffe hört sich jetzt um einiges brutaler an. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. So, als nächstes gab es dann noch ein Video vom Flugzeug. Und zwar wurde hier nicht das Flugzeug verbessert, sondern das Rendering wurde verbessert. Das bedeutet, Dinge, die während des Fluges beispielsweise im Hintergrund waren, also weit in der Ferne waren, wurden momentan extrem beschissen dargestellt. Hier wurde auch einiges jetzt dementsprechend verbessert. Man sieht es leider bei Twitter, finde ich, relativ schlecht. In der Mitte des Videos ist es ein bisschen auffälliger. Gerade, wenn man die Bäume ein bisschen beobachtet. Die Details kommen zwar erst nach und nach, dann ins Spiel reingeladen. Man sieht das so aufploppen. Anders ist das Ganze natürlich auch gar nicht möglich, weil hier die Distanz einfach viel zu groß ist, wie weit man gucken kann. Aber gerade sowas wie Gebäude werden tatsächlich sehr, sehr gut auch auf Weitentfernung dargestellt. Achtet mal beispielsweise auf die Stadt. Die ist so gut wie vollständig. Auch mit den Gebäuden, Bäume, allen drum und dran, Botanik. Allerdings Botanik wird natürlich dann noch ein bisschen nachgerendert und ploppt dann erst richtig auf in voller Vielfalt. Aber man kann sehr weit gucken, was natürlich gerade für das Raten von Basen auf PvP-Servern sehr, sehr wichtig ist, damit die dementsprechend sichtbar sind, aber auch beispielsweise durch die Bäume versteckt sind, wenn die in einem Waldgebiet gebaut sind und da nicht einfach eine leere Fläche ist und man durchgucken kann. Sehr, sehr nice. Vor allem aber Gebäude werden hier richtig gut dargestellt. Also, darauf können wir uns auch in der Version 0.95 dann freuen. Ja, mit dem Flugzeug fliegen oder auch natürlich mit dem Auto unterwegs sein. Es ist um einiges besser, das Ganze von der Sicht her. So, kommen wir zum erst vorerst letzten Video. Allerdings, ich habe noch einige Bilder für euch natürlich auch und das Dev-Update 70 kommt natürlich auch noch. Und ja, hier sehen wir jetzt einmal das neue Crafting-Menü. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber hier sehen wir uns das Ganze erst mal. Und zwar, wir haben jetzt hier bei Crafting, unter anderem hat sich hier ein bisschen oben was getan, in der Leistung als Crafting, Health, Metabolismus und Manual, also das Benutzerhandbuch. Das haben wir, glaube ich, schon im letzten Update, habe ich das kurz verhandelt gehabt. Aber hier sehen wir jetzt einmal, wir haben jetzt Kategorien, die wir benutzen können, um beispielsweise eben Dinge zu craften. Einmal einen für alle Items, also hier kriegen wir nach wie vor alle Items aufgelistet. Allerdings auch hier bereits sortiert nach Munition, unter anderem, nach Melee-Weapons, Range-Weapons und so weiter. Also hier ist auf jeden Fall schon mal eine bessere Übersicht vorhanden. Zusätzlich kann man sich Favoriten legen, was als Favorit gelegen worden ist, lassen wir mal lieber. Aber man kann sich Favoriten setzen und diese dann abrufen oder eben in den einzelnen Kategorien hin und her springen. Zusätzlich wurde jetzt nicht nur, man denkt, okay, das wurde ein bisschen kategorisiert, das war es. Nein, war es nicht. Denn unter anderem wurde die Menge angepasst, die man zum Craften braucht. Das Ganze soll jetzt um einiges realistischer sein, von den Materialkosten her, die man braucht für verschiedene Dinge. Zusätzlich ist die Übersicht eine bessere geworden, denn wir sehen jetzt zum Beispiel, wie viele Aufladungen man dementsprechend dann auch braucht. Hier braucht man beispielsweise, das sollen jetzt wohl die Aufladung, acht Aufladungen eines Panzertapes sein und nicht mehr acht volle Panzertapes. Vor allem, wenn ein Panzertapes nur noch weniger Aufladung hat, das soll es wohl jetzt so sein, dass man dann dementsprechend nur die Aufladung verbraucht und nicht mehr raten muss, okay, brauche ich jetzt acht komplette Panzertapes, die wirklich voll aufgeladen sind, oder brauche ich nur auf Aufladungspanzertapes? Und so weiter und so fort. Zusätzlich eben dann auch das Ganze noch ein bisschen farbcodiert. Ist ganz nett gemacht, das Ganze. Eine Suchfunktion gibt es natürlich auch, selbstverständlich. Und natürlich auch für Spacebuilding, Kochen und so weiter. Kochen wird hier leider nicht gezeigt, finde ich schade. Bin mal gespannt, was sich da noch tut. Aber das ist jetzt erst eine Vorabversion gewesen, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Aber schön ist, dass es jetzt mittlerweile die Suchfunktion gibt. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist ein Schieberegler, wobei das könnte tatsächlich hier unten dann sein, dass man mehrere Items gleichzeitig herstellen kann. Vielleicht zeigen sie es nochmal. Hier unten in der Leiste, dass man gleich mehrere Items herstellen kann. Jetzt muss man da nochmal ganz kurz hinspringen. Genau. Denn wir haben hier verschiedene Symbole. Das könnte beispielsweise sein, einen Stapel fertigen, diese Items. Das heißt, ich möchte zehn Dietriche fertigen, dass ich nicht mehr zehnmal den einzelnen Dietrich fertigen muss, sondern ich sage, okay, mach mir zehn Stück davon. Ich hoffe, das ist drin. Haben sie ja leider nicht gezeigt. Finde ich sehr, sehr schade. Aber das wäre natürlich geil, wenn man sagt, okay, stelle mir zehn Dietriche her. Das wäre auf jeden Fall eine große Erleichtung. Aber ich muss sagen, es sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier ist es allerdings noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, da wird noch ein bisschen was kommen. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, muss man sagen. Als nächstes wurde dieses Bild bei Twitter gepostet. Leider ohne großartig Text dazu tatsächlich. Aber man sieht, die PCU wurde entfernt. Hier kann man nur mutmaßen, wahrscheinlich irgendwas mit Version 1.0. Wenn wir auch dementsprechend eine Story bekommen, würde es wohl tatsächlich möglich sein, dass man sich die PCU dementsprechend vielleicht am Ende der Story oder mittendrin, wie auch immer, entfernen lässt. Auf jeden Fall gibt es dann Gefangene, die keine PCU mehr haben. Oder es handelt sich hierbei um Tech 0, äh, Tech 0,1 Soldaten beziehungsweise Arbeiter, die dementsprechend mal Gefangene waren, jetzt allerdings nicht mehr und dann für die Tech 0,1 zum Beispiel arbeiten. Was auch immer. Man kann da sehr viel reininterpretieren. Auf jeden Fall haben wir dieses Foto bekommen. Es ist auf jeden Fall möglich, die PCU sich zu entfernen. Wie auch immer das dann ausfallen wird. Des Weiteren haben wir hier einen Irokesen, der wird wohl dazukommen als neue Frisur. Den kann man dementsprechend auch einfärben und, äh, sehr nett, dass da dementsprechend auch für die männlichen Charaktere natürlich neue Frisuren kommen. Wird nicht die einzige Frisur sein, die kommen wird, sondern es werden noch ein paar weitere dazukommen. Das wurde bereits angeteasert. So, und dann haben wir das wahrscheinlich interessanteste Bild, denn, was sehen wir? Ich ziehe euch das Ganze auch mal ein kleines bisschen größer noch. Was sehen wir hier genau? Es müsste sich hierbei tatsächlich um die Waffenfabrik wohl handeln, denn wir haben ein paar Anhaltspunkte, einmal dieser Turm hier, dieser lange, dann das hier mit diesen zwei Dingern, das ist alles bei der Waffenfabrik, äh, beziehungsweise eben die Tobedo-Fabrik, die wir ganz unten haben, im Süden. Und, äh, ja, allerdings sehen wir hier unten einiges an Zelten aufgebaut, viele Waffenkisten und so weiter. Hier stehen ein paar Menschen rum, also Tech01-Personal. Aber das Wichtigste, wir haben einen fliegenden Mech. Mega, mega cool, wenn die dann dementsprechend auch fliegen können. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus, wie wenn man ihn einfach die Beine abgerissen hat und in die Luft gesetzt hat. Hier unten sieht man auch eine fette Gatling-Gun bereits dran. Sehr, sehr nice. Bin mal sehr gespannt, wenn wir die fliegenden Mechs bekommen werden. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig übel. Also es wird noch einiges in dieser Richtung auf jeden Fall passieren und kommen. Sehr, sehr nice. Das müsste schon bereits aus dem Trailer wahrscheinlich ein Ausschnitt sein. Äh, dazu habe ich auch nochmal ein Bild, äh, für die Version 0.95 vielleicht, oder für, sogar für die Version 1.0 schon, ich glaube aber für Version 0.95 werden wir bereits einen Trailer haben, wo ein bisschen was, glaube ich, für die Version 1.0 auch gespoilert wird, um ein bisschen Werbung vielleicht zu machen. Denn das Bild hier beispielsweise, das sieht tatsächlich sehr nach Trailer aus. Äh, Ingame wäre das eine mega krasse Grafik, wenn wir die direkt wirklich so 1 zu 1 Ingame hätten. Äh, aber ja. Hier sehen wir auch wieder Tech 0.1 Personal in ihrem Suit. Äh, da gibt's verschiedene, da haben wir das letzte Mal schon ein Bild behandelt gehabt, wo diese verschiedenen Uniformen gezeigt worden sind. Das hier ist wohl der Raidsuit, mehr oder weniger, äh, also für die Spezialeinheit, man weiß es nicht genau, aber es sieht sehr, sehr krass auf jeden Fall aus. Denen möchte man auf keinen Fall im Dunkeln begegnen. Und, dann natürlich noch, ja, es ist tatsächlich endest soweit. Wir sehen hier den Volkswagen in einer lackierten Tarnfarbe mit verschiedenen Mustern. Gibt es das Ganze hier unter anderem, einmal haben wir das, muss sie hier, dann natürlich so ein Muster. Das heißt, wir werden dazu in der Lage sein, unsere Autos zu lackieren. Leider ist der Rost nach wie vor noch da, also man kann ihn nicht irgendwie komplett restaurieren, der Rost ist leider noch da. Kann auch sein, dass man es dann dementsprechend dann entrosten kann das Ganze und vielleicht sich ein neues Auto irgendwie hinstellen kann. Aber sehr, sehr nice. Wir können hier unter verschiedenen Modellen dann wählen, wie wir unser Auto praktisch wie auch die Waffe anmalen möchten. Mit verschiedenen Farben, mal gespannt, wie das genau dann funktioniert, ob das auch einfach über die Spade-Dose funktioniert, ob man das nur beim Händler machen kann, gegen Geld oder wie auch immer man das Ganze dann nutzen kann. Cool wäre tatsächlich auch, das Auto vielleicht nur in einer Farbe zu lackieren, aber das sollte wahrscheinlich dann auch ohne Problem möglich sein. Aber sehr, sehr nice, wenn das für alle Fahrzeuge reinkommt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. So, das war es jetzt erstmal von Twitter. Wir sind bereits bei 13 Uhr und jetzt kommen wir zum Dev-Update 70. Und hier haben wir nun das Update. Es wurde sich nochmal dafür entschuldigt auch, damit das Dev-Update kam diesmal erst am Dienstag raus, nicht am Montag. Ihr kriegt das Ganze jetzt leider von mir erst am Donnerstag aufgrund von Zeitmangel, aber ihr kriegt das zumindest von mir. Und ja, einmal die Programmierung, Replikationsgrafik, Fehlerbehebung, Implementierung der Flammenwerfer-Funktionalität, Code-Überprüfung, Server-Profilierung, Server-Optimierung, Arbeiten an der Überarbeitung von Crafting, Behebung von Server-Problemen, Tutorial-System, implementiert, hier ist ganz wichtig, implementiert, das bedeutet, es ist bereits komplett eigentlich drin. Natürlich würde immer wieder was nachkommen, aber es ist bereits komplett dann im Spiel drin. Das heißt, der Schritt ist zumindest schon mal abgeschlossen. Verbesserung der Fahrzeugphysik, Optimierung des Begegnungsmanagers, Level-Design, Optimierung der Textur, Optimierung der Möbel, Fehlerbehebung, Optimierung der Kollision. Ganz wichtig, die Kollision vor allen Dingen, das ist dafür verantwortlich, dass dementsprechend nicht mehr Puppets durch die Wand klitschen, durch Türen klitschen, Fenster klitschen, wie auch immer. Große Herausforderung wird natürlich hier jetzt dann, dass die Fenster für Puppets zugehend gemacht werden, beziehungsweise eben, dass die Puppets dementsprechend auch eine Animation bekommen, wie diese durch das Fenster gehen und nicht einfach so, wie wir es im Video gesehen haben, ja praktisch durch das Fenster durchlaufen, wenn es gar nicht da wäre, aber da kommt hoffentlich noch was. Dann das A-Team, arbeiten am neuen Trailer, Fehlerbehebung, neue Konzeptzeichnung, arbeiten am neuen Wii-Asset, arbeiten an der Fahrzeug-Schadendarstellung, auch ganz wichtig. Da ist noch einiges zu tun, gerade, wir erinnern uns, es gab mal die Möglichkeit, dass man Reifen zerschossen hat, das soll bitte wieder reinkommen, damit man sich auch die Reifen ruinieren kann. Dann haben die Reifen-Impair-Sets auch endlich wieder ihre Daseinsberechtigung. Arbeiten am Pick-Up-Truck, Low-Poly, Arbeiten am Flammenwerfer-Animationen, Arbeiten an neuen Gegenständen. Das Sound-Team, Arbeiten an neuen Horden-Audio, das wird ein eigenes Audio dementsprechend bekommen, damit man auch merkt, okay, da ist eine Horde im Anmarsch. Dann Fehlerbehebungen, QACM immer wieder das übliche, Jagd-Cheater-Bannen und so weiter, ihr kennt das. Das Design-Team, Einrichten neuer Gegenstände. Hier ist sehr, sehr cool, da wird noch einiges kommen. Wir haben ja bereits die Feuerwehr-Helme, die irgendwann nach Version 1.0 kommen. Da werden natürlich neue Gegenstände kommen, Waffen und so weiter, kriegen wir immer wieder serviert. Die SKS beispielsweise wird es mit Version 1.0 kommen. Die SKS kommt übrigens mit der Version 0.9.5, das wurde sogar indirekt schon bestätigt. Votierung von Handwerksrezepten auf das neue System, Arbeiten an Tutorials. Da sind sie immer noch nicht fertig. Aber ja, implementiert ist es zumindest so schon, dass man das Ganze wieder abrufen kann. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Diesmal eine etwas längere News-Folge, aber es gab unglaublich viel zu berichten und ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten, werden wir vor allem auch nach Version 0.9.5 immer wieder sehr, sehr viele neue News kriegen. Wenn ihr nichts verpasst mit der News, was bei Twitter und sonst so weiter um Skam herum passiert, gerne diesen Channel hier abonnieren, gerne ein Gefällt mir da lassen, gerne natürlich auch kommentieren. Ich freue mich über jedes kleine Kommentar, jede Unterstützung ist herzlich willkommen. Nach wie vor bin ich ein sehr kleiner YouTube-Kanal. Vielleicht werden wir ein bisschen größer, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Einfluss mit Skam. Ich würde mich sehr freuen. Schaut gerne mal beim Hardcore-Let's Play Skam vorbei. Mit der neuen Version 0.9.5 werden wir eine neue Staffel anfangen, natürlich auf unserem Server. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, macht's gut. Das war's. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Tschüss.